hallo leute da sind wir wieder neue session breaking point jetzt hätte ich fast das spiel vergessen das passiert mir auch da gibt es ja nicht wenn haben wir denn hier also das ist mal der war natürlich wieder hallo und der liebe koala guten tag lass mal die hände schütteln ja schüttel schüttel und wir haben hier eine kleinere gruppe dieses mal da ein paar leute fehlen das ist so eine sache immer alle unter einen hut zu kriegen hier und jetzt fällt mir gerade ein zuschauer hat mir geschrieben ich soll dieses blöde kopfnicken abstellen weil man sonst krank wird dann werde ich das doch gleich mal machen wenn ich herausfinde wo was denn jetzt stich vorher aufnahme nö entschuldigung für entschuldigung für standbild weiß irgendjemand wo man das einstellt ach du scheiße ich weiß nicht mal was du meinst na dass man dass der kopf nicht so wackelt wenn man in der first person sicht ist deswegen laufe ich dann die so kopfnicken okay ich glaube ich hab's jetzt habe ich glaube ich abgestellt ok und gehen wir nach kammer ja würde ich mal vorschlagen wo seid denn jetzt schon wieder abgehauen und auf der straße ok sei plus vorsichtig mensch ihr wisst wie lange wir gebraucht haben uns zu finden da ist ein schild ich will doch gucken wo es nach kamala geht hier lang fünf kilometer wir haben den ganzen samstagabend damit verbracht uns hier zu finden und als wir uns dann gefunden haben war so spät dass wir aufgehört haben wir haben keine minute aufgenommen genau und ich musste erstmal noch patchen ja das ging ja das war gar nicht vorbildlich geht es hier noch kamala echt ja ich hätte jetzt vom gefühl gesagt ich habe auf schild geguckt müssen müssen nördlich drüber quasi über kavala ja und das ist clever hier der straße entlang zu rennen eigentlich nicht leben ja jetzt heul nicht lauf ich wollte doch so gern während ich lauf guck jetzt sind sie weg feiglinge das sind ein haus drin ja aber jetzt nur müll hier oben ist noch ein häuschen 1 main zu meinem häuschen so kommunieren das ist auch war vor allem ich habe ja eigentlich was ich brauche ich habe eine knarre ich habe zu essen trinken wir haben waffen weil dann können wir das looten ja eigentlich verschieben immer mal so eine frage müssen noch jetzt bei folge 30 oder sowas ich meine ich auch nicht aber aber so circa und ja haben wir haben es eigentlich jemals geschafft eine andere gruppe zu töten ohne dabei selbst getötet definitiv gut dann ist das mal unser ziel jetzt immer weniger leute verlieren wir vielleicht mal nicht den überblick wie für es aber mehr luten ja also ich bin bei dem spieler die schon zufrieden wenn wir uns jeweils wieder finden jetzt müssen wir schon anfangen gruppen zu töten ich habe 30 wasserflaschen oder so ja dann lasst uns laufen wer nutzt wenn der feiner her laufen da guck ich sehe wie er looted ja klar weil ich glaube ich könnte eigentlich auch aufstehen warum knie ich denn so jetzt geht es auch ein bisschen schneller ja ob man da jetzt geduckt oder läuft es nicht das sieht man einfach oder so ja ist halt vorsichtig die mutter der porzellankiste so und das kopf ist jetzt weg die straße zu ende ja einfach weiter so viel zum thema hier geht es nach kawala nicht mal mehr eine straße wir können einfach am wasser entwagen irgendwann kommen wir schon an das wird auch bestimmt sicherer sein als wenn man da oben an der straße umläuft müsste es glaube ich so ziemlich die erste folge wo womit mal nachts hier auf nene haben wir schon mal aber ich glaube das war ja doch das war glaube ich nur eine folge eine folge lang aber hat ja auch was hat was ist halt einfach dunkel nach sichtgerecht wenn man wann wird es denn wieder hell sieht man das irgendwie an irgendwas ja wenn du auf die map gehst 1929 haben wir was heißt es war dunkel haben wir winter offenbar schon auf welche map wo ich habe eine map was ist denn jetzt kaputt warum habe ich denn eine map ja weil wir schon ausgerüstet waren ach so so ein quark genau wir sind ja so toll ausgerüstet jetzt wo du sagst fällt es mir auch wieder ein wie es gerade rüber kam so ein quark scheiße wir sind toll ausgerüstet so steil ein bisschen tatsächlich ich bin da gerade schon einen hang entlang gerüstet ja ich auch ein bisschen das musst du wie mit dem auto ein bisschen ist toleranz also meine güte was ist das für ein weg hier ja ich rutsche ich rutsche nein nicht hinter mir koala oder ja auch können wir vielleicht mal wieder ein bisschen rauf also irgendwie der kommt doch hier ist noch wieder gerade so war gut naja das wäre es ja ich lebe man wird mal ausnahmsweise nicht verschossen dafür rutscht man sich hier zu tode er sagt so hier ist es nicht gerade aber man rutscht nicht und es heißt nicht alt ist das spiel hier ist nur die karte ja was egal auf alle fälle ist dunkel und ich stürze mich hier noch zu tode ach koala da muss ich dir eh noch was erzählen aber nicht eine aufnahme doch doch hau raus sicher ich glaube nicht wenn du schon wieder so gut ja doch ich sag es einfach nein es ist was neues also das ist bald geht bald online das nennt sich nicht altes live sondern nur ama 3 live aha ja das habe ich schon gehört und das schon gehört das ist bei viel besser als altes live es gibt für viele solche live dinge das ist ja aber das ist da kannst du halt wirklich bagger fahren stapler fahren und was ist das ist halt ab und ich halt dein beruf wirklich ausüben das müssen wir machen darum das ist halt aber ist echt zeit ist raus kam schon beim ersten teil wahrscheinlich das mord freundlichste spiel das es gibt da gab es für jeden graf gestellt also ist pc auslastung ist und dann ja das ist das ist auch war das ist klar dafür ist aber eigentlich auch bekannt das ist halt schlampig programmiert ist im prinzip machen das nicht dann einmal gescheit ja fragt sie ich weiß es auch nicht das ist eine gute frage die habe ich mir auch schon gestellt ein die hocken lieber im knast waren sie ein bisschen landschaft genau weil sie zu lange in griechenland sind als ich würde sagen armer armer und half live sind so die mod games überhaupt und wenn half 3 half 3 3 3 3 3 3 rauskommt da geht dann auch wieder was los an mord ja da freue ich mich auch schon drauf ist es da hinten ist schon kawala nee ich glaube dass die vorstadt von kawala sag mal hat das irgendeinen relevanten grund warum ihr einfach irgendwie chronisch schneller seit wie ich gibt es ja gar nicht weil wir es können weil das wollt ja wir sind ja ich wollte nur sagen wir sind nicht so alt ja ja nichts gegen mich gegen wen sonst ja ja jetzt trauen sie sich jetzt wo sie nur zu zweit sind wo ich das war das war gerade voll voll die aussagen nichts gegen dich genau sie das sein können nichts gegen dich aber du bist nach genau ich habe ja nichts gegen dich ich mag dich einfach nicht aber wenn du zum polizisten sagst meiner meinung nach sind sie ein arschloch kann er dir nichts tun das ist glaube ich auslegungssache also ausprobieren würde ich das nicht wollen ja natürlich probiert nicht aus aber rein rechtlich weil es ja deine meinung in deutschland ist meinungsfreiheit wir nehmen das ist auch schon eine beleidigung auch wenn es nur deine meinung ist nee du könntest du könntest ihn als privatmenschen beleidigen dann müsst ihr dich privat anzeigen dann könnt ihr als polizist nichts machen aber ich würde es so oder so nicht ausprobieren was und rennst du denn ich kann auch nicht die straße hat mich irritiert da unten und da unten sind häuser was sind das für häuser ich habe und gehört ja es gibt ja hunde in breaking point ja nicht mal moment warten und seit ein paar tagen ob hier nicht irgendwie leute rum sind weil das server ist ja doch relativ voll also es macht ja keinen sinn hier rein zu rennen und dann gleich ja aber dann hinter der hütte nicht mit einer landschaft wo siehst du eine hütte hier im gras hier ist eine karte hilfe wo bin ich hat wer von euch der remington nee keine ahnung muss mal gucken wie das teil heißt nee ja koala wir haben gesagt wir warten und dann rennt weiter so ich habe eine war mint weiß das ding so naja stand zumindest so da dann nehme ich mal an ich habe eine famas zur so weiße rüffel rüffel ja also ich habe ein solange sich ansteckend ist jetzt hier noch schwimmen nee also auch frei knall meinen ab ja ich weiß wo du wohnst ja ja das weiß er wirklich das weiß ich nicht und jetzt ja mal gucken aber was sehen hier ist keiner warum ist denn hier keine ahnung ich habe ja ich habe ja die kommen wahrscheinlich alle in kawala ja ein sniper ding das ist natürlich was ist das für ein kaff hier noch nicht kawala ich habe ein fernklos auch nicht schlecht ich auch wie kann ich das benutzen da ist ein spielplatz da ist eine insel jetzt kräuter wieder durst mal kann das sein ja mal auf das sind zwei spiele wo echt jetzt was nicht erschrecken so war gucken aber was zu trinken haben natürlich nicht ich habe was kieler seit ich habe ich habe Hunger ich muss was essen warum habe ich denn nichts zu trinken und mein magen knurrt der im spiel wer hat hier was zu trinken naja das ist noch nicht so dringend glaube ich ich habe auch was zu trinken gut ich habe gerade gesehen ich habe weder zu trinken noch zu essen dafür painkillers und zeugs ist ja auch was wert dann kann man kurz bevor man verhungert kann man sich noch ein pflaster auf die stirn kleben hello kitty genau welche stadt sind wir jetzt frage ich mich auch gerade ich würde ja mal die karte aufmachen aber ich bin sowieso immer der letzte deswegen soll man der vorderste die karte aufmachen na gut wir sind sehr nähe von ja es sind agel rio oder so kurz vor kawala müssen an der vorstadt von kawala das wäre ja hier das waren aber schnell fünf kilometer das ist ja eh mit meilen das ist ja jetzt ja das sind auch straßennetz die zusammengebaut dieses agel rio blablabla kawala doch da sind sie schon wieder weg siehst du den spielplatz denkst du was ich denke weil der billige nur ein das ist ganz wo denn was wo ist denn hier ein spielplatz sehe ich auch nicht das ist aufpassen das ist wieder eine falle wie mit dem vulkan ein pool oder so ein sehr sandiger pool koala oder warla könnte mir mal irgendwie eine dose trinken hinstellen weil noch kräuchte ich verstehe mich bald nicht mehr klar ich bin nur einmal wo das ist aber echt pool einmal hier könnte man skaten drehen das wäre doch auch mal noch eine mord paar skateboards kommst du dann hier ins haus rein dann lege ich das in den sack rein dann kannst du einfach nehmen jetzt haben wir die bandagen mit hallo water bottle ich danke dir bitte sehr und weiter trinken wir das mal schön spielblase ich muss da drauf das ist einfach zu große dran der ist ja cool die rutschbahn geil die rutsche habe ich gar nicht gemerkt ich muss noch mal gegen verkehr setzt man sich hin ich komme ich komme nicht durch denn da da laufen wir da wieder hoch dann kommst du nicht mal ein kopf packt aber so nach einmal hat sich dann irgendwie schon ein bisschen erschöpft das ganze durch oder was also das war aber so aus du bist weitergelaufen ja bevor wir hier auf dem spielplatz verchancen werden weil es ist ja dann doch in der nähe von kawala also eigentlich müsste man hier ja dann früher oder später dann wahrscheinlich dann doch mal noch auf leute treffen ich schau mal da hinten ist ein vulkan genau das ist ja wie was das denn tennisplatz selber wuchen denn das platz mit einer tribüne cool aber was war das denn mal bevor es überwuchert wurde das müsste schon irgendwie so ein tennisplatz oder sowas gewesen sein ich verstehe vor allem nicht warum das soll so überwuchert ist überall brennen die lampen es gibt noch strom aber alles überwuchert komisch gutes klima autofracks ich gibt sie ein auto was träumst du nachts ich träume viel ja jetzt wird verstehen jetzt wird es zu privat da der funktioniert der kleine golf ja nach wahrer los definition funktioniert der sogar bäumig bühne 1 wahrscheinlich wo laufen eigentlich hin ja ja jeder fall ist ich lauf dem warlo hinter dem koala das kann ja eigentlich noch falsch sein bitte bitte ich habe nur die landschaft betracht so die autos naja gut leute lasst uns mal hier eine kurze pause machen dann sehen wir uns leute über über den berg sind lasst uns über den berg da könnt ihr den warren lauer danke sagen da kriegt er noch mit noten noch eine minute umsonst sozusagen ja die kostet keine steuer ich hab kein koala gesagt ja vielleicht sollten wir doch mal noch namensschildchen hin machen so ich sollte meinen eigenen namen doch kennen ich bin der punkt 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 hallo punkt punkt ist das jetzt hier schon über dem berg nö ist immer noch ein hügel pammtot was für ein gerenne aber eben also ich denke mal dann doch in der nächsten folge in kawala hier habe ich keinen flashback hatten wir das nicht schon mal in der frühen folge dass wir mit dem hügel hoch gerannt sind und ich gesagt habe in der nächsten folge kawala ja das kann gut sein es gibt viele hügel ja das ist so jetzt blicken wir auf kawala ist ja auch ein beliebtes ziel eigentlich dann mit der blick auf kawala ich weiß nicht doch über den berg blick auf kawala können wir auch so unten im kopfschuss aus 1000 meter entfernung am tod ja geil ja das ist der blick auf kamera so gleich haben wir es mit dem blick auf kawala das ist genau die position wurde bei arma 3 in der einzelspieler kampagne glaube ich die erste oder zweite mission hast du hier unten fahrzeug steht und dann musst du die beiden leute überwältigen alle die alle die aber drei kennen wissen was ich meine und alle anderen genau die schalten in der nächsten folge wieder rein wenn es heißt wir erstürmen kawala dank fürs zusehen bis dann tschüss so ich hoffe euch hat gefallen was ihr gesehen habt falls ja oben rechts findet ihr zu den restlichen folgen und wenn es euch wirklich gefallen hat dann würde ich mich natürlich über ein abo freuen das könnt ihr gleich hier anklicken unten rechts vielleicht sehen wir uns ja bald wieder wäre schön tschüss bis zum nächsten mal